Schiri Stieler und Leverkusens Adli waren nach dem Spiel gut gelaunt, nur Manuel Grafe tat es. Nicht von Max Schrader korrigierte zwei falsche Entscheidungen. Im 2-1 von Leverkusen gegen Bayern hilft der Varschiri Tobias Stieler zweimal aus den Schwierigkeiten. Stieler hatte in zwei Strafsituationen fälschlicherweise über Schwalbe entschieden. Leverkusens Adli hatte mit Gelb gewarnt. In Kölns Keller war Sören Storch rettet die Situation. Stieler erläuter glücklich, also lief alles gut. Oder, sehen nicht jeder so, er schreibt, wenn sie als Beispiel persönliche falsche Entwicklung des letzten Jahrzehnts veranschaulichen möchten. Dann wurden SR für höchste Gruppe von UEFA aus der DFB geschützt. Aber Leistung hat nie gerechtfertigt. Ein gewalttätiger Tipp gegen die Schiedsrichterchefs und Gegenstämme. Der Schiedsrichter-Crash eskaliert. Bereits nach einem halben Elfmeter von Stieler im Pokal zwischen Bochum und Dortmund hatte Gräfe Mob auf Twitter. Wer bringt solche Schiedsrichter in solche Positionen? Jetzt der nächste Angriff gegen Stieler, der seit 2014 sogar ein FIFA-Schiedsrichter ist.